Taxifahrer, wenn sie mit Kunden sind, müssen sie sich auch nicht einschlagen. Haben wir was heute? Wow. Tschüss. In Kontakt Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen zum weiteren Vlog. Bis Freunde. Wir werden heute ein Schuh kaufen gehen, für den netten Herrn. Und dann müssen wir noch auf jeden Fall ... ... ein, zwei Sachen besorgen, für einen Geburtstag. Was müssen wir besorgen? Ein Hemd, ein retro aussehendes Hemd ja. Ja, im heutigen Vlog werden wir mal schauen. Da ihr oft fragt so, ja hey, woher habt ihr dieses Oberteil, woher habt ihr diese Hose? In Wien ist es nicht gerade bekannt für die Shoppingstadt, aber wir versuchen uns das Beste rauszuhauen. Viel Spaß in diesem Video. Wir befinden uns auf jeden Fall bei Soulbox. Gestern war ich hier, hab mir einen Schuh gekauft. Und wie ihr wisst, Lukas und Randy teilen Interessen. Sei ehrlich. Ich kann nicht jetzt schon wieder den gleichen Schuh kaufen. So, es gibt es ihn auch, aber das Problem nicht in unserer Größe. Aber das ist halt dieser Schuh, Leute, ganz ehrlich, ist ein Schuh, den gibt es, glaube ich, schon ewig. Und er ist einfach wunderschön. Und zufälligerweise war ich gestern hier. Was wir diese Retro-Hemden brauchen, um es genau zu nehmen, ist für einen Geburtstag am Freitag. Wir sind eingeladen auf einen Geburtstag von einem Freund, von einer Freundin von uns. Und das Geburtstagskind weiß gar nichts davon, dass sich alle so kleiden werden. Mit einem Retro-Hemd. Wir werden hier abgeholt von einem MCC, das ist Bens E-Class. Echt jetzt? Den letzten Mal hat mir auch ein Uber-Fahrer gesagt, dass ich sehr gut Bewertung habe. Was mich sehr wundert. Das verstehe ich nicht ganz. Okay, danke schön, Chef. Danke schön. Schönen Tag. Herzlich willkommen bei Malo Vintage. Schauen wir mal, ob wir hier fündig werden. Das wird was, Alter, weil ich will eigentlich trotzdem ein cooles Hemd haben. So ist das nicht. Ja, natürlich. Ja. Aber Hemden, ich glaube, hinten, oder? Gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Auswahl, Leute. Boah, das wird schwerer als gedacht. Ich sage es. Ich will auf jeden Fall eigentlich kein langärmliches. Das ist Levi's, Bruder. Das sieht auch nicht retro genug aus. Da will ein schönes einfach drauf. Du bist so ein Vintage-Shopper eher nicht so, gell. Hä? Nein, gar nicht. Ich bin auch voll schlecht drin. Weil da brauchst du übelst. Kurz fragen, habt ihr auch kurzärmlige Hemden? Kurzärmlige schon im April. Das wird auf jeden Fall eine schwere, schwere Mission. Weil die Sache ist, ich will auch immer gut aussehen. Es muss trotzdem irgendwie ein cooles Fit sein. Egal ob Red. Das ist geil hier. Das ist alles zu klein. Ja, die sind alle für Frauen. Das ist geil, ja. Und das hier ist alles Männer, oder? Genau, hinten sind Männer. Ja, das ist nicht so viel Auswahl, wie ich dachte. Wahrscheinlich wird es dann echt auf sowas hinauslaufen. Oh, hat es ein Kleid? Oh, ja, Mann. Er hat aber diesen Trend gesetzt, gell. Ich hör's dir, dann ist jeder mit Timberlands und so einem Hemd rumgelaufen. Das sagen wir denen nicht. Aber wenn nicht, gehen wir einfach Weekday und suchen etwas, was so ein bisschen aussieht. Du weißt nicht mehr. Dann kann ich das ganze Video eigentlich löschen, aber... Das Problem ist, wenn man so Partys hat mit, wie heißt das, mit Dresscode. Das ist für mich sehr, sehr viel Stress. Ich sag's dir so, wie es ist, aber sei mal ehrlich. So Partys mit Dresscode ist schon sehr stressig, oder? Ich mag's gar nicht. Ja. Ja, ich find's schon cool, aber wenn ich das Dresscode entscheide. Vintage Marlon. Das war's nicht, leider. Aber das ist zum Beispiel schon ein Vintage-Store, den man, falls ihr auch mal Vintage-Store sucht, in Wien. Und es gibt echt viele eigentlich, so im Vergleich. Ich hab nie wirklich geschaut, aber so 5, 6 findet man ganz schnell. Wir schauen jetzt weiter in den nächsten Vintage-Store. Maria-Hilfstraße, der heißt Weekday. Wenn wir mal wieder, keine Ahnung, in Berlin sind oder New York oder wo auch immer, kann man schon mal einen geilen Fang finden. Boah, es gibt halt wirklich Leute, die kaufen sich neue Klamotten. Designer, Louis Vuitton, Louis Vuitton, was auch immer, tragen die eine Saison und dann kriegst du sie um die Hälfte. Die sind immer noch sehr, sehr fresh. Es ist trotzdem immer eine schwere Aufgabe, weil erst mal die Größe und zweitens muss, schau, wie lange waren wir jetzt da drin? Vier Minuten. Und dann reicht's mir schon wieder. Ja. Ich hab die Geduld nicht, 2 Stunden da drin zu stehen, um mir alles anzuschauen. Sieht schon ein bisschen humaner aus da drin. Der Kindergarten-Look, oder? Wegen dem Holzgeländer so. Im Kindergarten, aber sag ich immer so. So ein Schwan gemacht, der ist aber unnötig. So eine Tasse. Boah, wie man da die Achselschweiß sehen würde bei diesen grauen T-Shirts. Boah, das ist eigentlich ganz geil. Irgendwie, oder? Ja. Das könnte cool kommen, ist eh zu klein. Umso hässlicher, umso mehr Vintage, oder? Vielleicht geh ich einfach nicht auf den Geburtstag. Ich muss ehrlich sagen, Leute, Kinder-Joy ist sehr underrated. Was geben wir dem Ganzen? Ist gut, eh? Eine Acht, oder? Schon sehr lecker. Ist wie so ein schokoladiges Giotto. Da sind wir wieder. Ich werde mein Retro-Empd hier kaufen, ist mir egal. Ich vergiss diese Vintage-Sauce. Was sagen wir dazu, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen? Ist es Retro oder nicht? Ich denke, ja. Es ist, ja, es ist, ja, es ist es nicht, Bruder. Ich sag dir, ich weiß noch warum. Dafür bist du zu hell, glaube ich. Irgendwas hixst da nicht. Ja, die Farbe passt gar nicht. Sieht auch bei mir beschissen aus. Ich bin ehrlich, Sam sieht einfach beschissen aus. Sam, das lassen wir direkt. Ich sehe aus wie dieser eine Typ mit dem blonden Bart, der diese Löwen hat. Es wird einfach eine peinliche Vorstellung auf dem Geburtstag, wenn ich so auftauche. Ich bin wieder aus. Aber eigentlich kommt es schon cool. Ist das zu groß? Nö, ich finde es genau so. So? Vielleicht unterhemd. Ja, okay. Ein Arm beschissen aussehen geht schon. Kann man machen? Kann man machen. Die Sache ist, ich muss besser aussehen als er auf der Party. Das kriege ich hin. Auch ohne Hemd. Leute, auf jeden Fall. Ich sage es so, wie es ist. Randy war erfolgreich. Wo ist dein Hemd, Kollege? Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin so sieben von zehn zufrieden. Das hätte natürlich noch geiler sein können. Jetzt haben wir noch einen Tipp bekommen von Alan auf jeden Fall. Zu Koss. Da werden wir jetzt noch reinschauen, weil Lukas braucht auch noch eins. Notfalllösung ist, er hat noch ein Retrohemd zu Hause. Kurz ähnlich. Koss. Wir haben hier ein Hemd gefunden, was auch einmal als Retro durchgehen würde. Diese blauen Hemden, wenn die so richtig coolen Schnitt haben und sowas, die so ein bisschen nach Büro aussehen, aber einen coolen Schnitt, modernen Schnitt, das ist absolute Fashion in meinen Augen. Auch wenn ich keine Ahnung habe von Fashion. Das sieht schon groß aus, aber gell? Was ist das? ML ist es. Ist das ein übelst geiles Hemd. Das ist ein absolutes, krankes Hemd. Das müsste größer sein. Ich mach den Stopp, weil es fühlt sich so hochwertig an. Ja, ist es wahrscheinlich auch. Das blaue Hemd wäre auf jeden Fall was für Lukas gewesen. Bleibt dabei, nur Randy ist heute erfolgreich. Dafür ist Lukas in anderen Bereichen erfolgreicher als ich. Kostet aber auf jeden Fall ein Laden, den man sich merken kann. Kann ich empfehlen. Gutes Licht, coole Spiegel, coole Umkleiden, gute Klamotten. Ciao. Bis weiter. Wir befinden uns auf jeden Fall im sechsten Bezirk, verehrte Zuschauer. Was halten wir eigentlich so vom neuen Shindy-Song? Du musst Geld machen, jung. Du musst lieben, wenn du Geld machst, jung. Ist es aus Berlin, oder? Nein, nein, wir haben das Konzert mit den Berliner Schippen, mit Freunden und so. Deswegen. War Corona? Nein, nein, es ist unser Volk, komplett. Und ihr seid aus Österreich? Ja. Ach, Gold ist, was wir machen. Warte, ihr auch? Ja, ja. Und? Ja, krank, 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 krank. Wabo ist im Kurdischen, bedeutet Feta, also Pata, ist so stark mit den Bären. Deswegen haben wir so... Wie bitte? Welche Flopseite? Äh, YouTube, Randy Gamble. Ah, ich mach YouTube. Es gibt auf jeden Fall eine große Auswahl. Von Pulled Chicken, Four Blocks. Das ist der Vieh Käseburger, so gesagt. Smash Unlimited, Classic Burger, Berliner Wabo. Pulled Beef, alles oder nix, Kreuzberg Beef, Neukölln. Ähm, wir haben Veggie Burger, wir haben Wraps, wir haben Burritos, wir haben Fries, wir haben Balls, wir haben Fingerfood. Gar Däger, Suppen, Salate, Vorspeisen. Die ist gut, aber die ist schön. Berliner Wabo, Leute. Ich muss ehrlich sagen, super nettes Team. Wir wurden super nett empfangen. Kurs geht raus, dass wir heute eingeladen wurden. Wir bieten sehr, sehr viel an. Von Burritos, Raps, Dürums, veganen, vegetarischen Burger, Burger, Fingerfood, Balls, Salat und Nachspeisen. Milchshakes, Suppen, kalte, warme. Wir werden auf jeden Fall die zwei Burger testen oder besser gesagt ein Sandwich, ein Burger. Was war der Burger, den wir testen haben? Einmal der Classic und einmal Neukölln, oder? Ja, es kann einfach beides sind. Danke schön. Bitte sehr. Danke. Mahlzeit. Also aussehen schon mal, sieht cool aus, sieht aus, es sieht ein bisschen ziemlich genau so aus wie in dem Automat, oder? Also auf diesem Bild. Käse, Röstzwiebeln, Fleisch in einem getoasteten Toastbrot. Das Fleisch ist das Beste, ist mir aber ein bisschen zu brotig, ein bisschen, das Fleisch hat auch zu wenig Power. Obwohl der Burger eigentlich ziemlich, ziemlich cool aussieht, muss ich sagen. Ich feiere auch diesen Namen, dieser Name ist so nice, Berliner Barber, das klingt einfach geil. Ich habe auch wirklich gedacht, dass wir aus Berlin sind. Es ist kein schlechter Burger, aber auf keinen Fall. Aber, wenn ich mir denke, wo wir schon überall waren. Ja, ich muss sagen, ich finde die Idee, also wirklich die Zutaten, die schmecken alle schön frisch, die roten Zwiebeln, geil drauf, ihr wisst Leute, ich liebe einfach rohe Zwiebeln auf einem Burger. Keine Röst, keine karamellisierten, keine blanchierten, keine, egal wie auch immer, einfach nur rohe Zwiebeln. Trotzdem muss ich sagen, ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen was so. Ich muss ehrlich sagen, die haben das eigentlich schon ziemlich schlau gemacht, auch die Menge an Zwiebeln, Menge an Tomaten, Fleischmenge, 180 Gramm Patty. Man kann einen Burger mit 100 Gramm, glaube ich, und mit 180 Gramm Patty bestellen. Ich muss halt sagen, 100 Gramm Patty wäre komplett lost, also dann würdest du das Fleisch gar nicht merken. Dann kannst du lieber gleich einen vegetarischen bestellen, falls er dir zu fleischig ist. 180 Gramm Fleisch ist auf jeden Fall der Call, muss ich ehrlich sagen. Wichtig, wie sind die Chippas? Röstzwiebeln, dreimal Fleisch, zweimal Fleisch, weiß ich nicht. Danke, Smashes Patty auf jeden Fall. Ich würde sagen, 3, 2, 1, rein. Viel besser als der andere. Der ist auf jeden Fall nicht zu brotig. Ein Menge Toastbrot ist eh klar. Überhaupt da einen weichen Stempf. Röstzwiebel eh klar, passt gut dazu. Die Soße passt gut dazu. Also das Sandwich ist mega. Bei den großen Mitspielen wird schwer. Glücklich wird trotzdem jeder. Wenn ich das jetzt so vergleiche mit den ganzen Burgern, die ich so gegessen habe, da fehlen mir so ein paar Sachen noch, die einfach noch ein bisschen Druck haben. Das Burgerbrot, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist ein bisschen fest. Weißt du, wie ich meine? Busten geht raus an Berliner Barbo. Für mich kann man da noch so ein paar Sachen auf jeden Fall besser machen. Trotzdem geht ein mega Danke raus, dass ich hier überhaupt eingeladen wurde. Und jetzt werden wir uns einen Kaffee holen, weil es ist 12.12 Uhr, Leute. Größte Frechheit von heute. Du weißt eh schon, dass du das Hemd von zu Hause nimmst, oder? Lass mich suchen, was ich sehe. Manchmal findet man schon ein paar Schätze, ja? Boah.